Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Vor allem das, was dahinter steckt, finde ich sehr, sehr interessant. Dass viele die Schuld für ihr Versagen an irgendwas anderem geben. Alles andere, außer mit dem Finger auf sich selbst zu zeigen. Ja, vieles können wir nicht beeinflussen. Vieles kommt auf uns zu. Aber wir entscheiden, was wir damit machen. Und darum finde ich diesen Zitat sehr, sehr schön. Weil wir wirklich nicht entscheiden können, wo der Wind uns hinträgt. Aber wir können entscheiden, wie wir die Segel setzen. Und wo der Wind herkommt. Wir können nicht entscheiden, wo der Wind halt herkommt. Aber wir können entscheiden, wie wir die Segel setzen und die Richtung ändern. Das finde ich wirklich schön, mein Lieber. Finde ich wirklich schön. Denn es ist so. In dem Moment, wo man aufhört rumzuheulen und zu sagen, mir ist das passiert, mir ist dies passiert. Das läuft so schlecht. Was machst du daraus? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Früher habe ich auch oftmals rumgeweiht. Oh, das ist mir passiert. Ich habe einen Masterabschluss mit 2,2. Und ich finde seit eineinhalb Jahren keinen Job. Ich kriege nur Absagen. Warum bloß? Wieso bloß? Sind die rassistisch vielleicht? Wegen meinem Namen? Dann findet man sich irgendwelche dämlichen Gründe. Aber irgendwann, wenn du weitermachst und anfängst, Dinge zu erreichen, dann bekommst du die Mentalität, die ich jetzt habe, nicht rumzuheulen, sondern die Situation einfach wahrzunehmen und zu schauen, was du damit machst. Was machst du damit? Das ist die wichtigere Frage. Statt rumzuheulen und zu denken, oh, das ist passiert, aufgrund von dem sag ich jetzt, eine macht gar nichts. Ja, toll. Dann kommst du auch niemals weiter als diesen Gedanken, den du hast. Setzt du deinen Gedanken aber weiter fort. Setzt dir Ziele. Das, was du erreichen willst. Wie der gute Bruder da oben zum Beispiel, der gerne seinen Eltern was Gutes tun möchte. Dann wirst du Wege finden. Dann wirst du aufhören zu heulen, sondern du wirst anfangen, nach Wegen zu schauen. Du gehst den ersten Weg, wirst vielleicht versagen. Du gehst den zweiten, wirst versagen. Den dritten, den vierten. Aber wenn du, wenn du die Courage hast, zu fallen und aufzustehen und weiterzumachen, dann wird irgendeiner dieser 20, 50, 60, 70, 100 Wege, die du gehen wirst, wo du immer wieder versagt hast, wirst du einen finden, der funktioniert. Und das ist alles, was du brauchst in deinem ganzen Leben. Ein Weg von den ganzen, die du probieren wirst. Aber du musst die Courage dafür haben. Und das ist das Wichtige im Leben. Nimm nicht die Dinge, die dir passieren, als Entschuldigung. Nimm die Dinge, die dir passieren, als Erfahrung. Ich habe nicht 10.000 Mal versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1.000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.